Ich bin der Thomas Kretschmer und ich bin Geiger hier bei der KAP-Akademie in Potsdam seit Anfang an. Was mich sehr fasziniert bei der KAP ist unsere, also diese Energie und die Spielfreude, die wir haben und diese Suche nach dem bestmöglichen Ergebnis. Das ist so eine ganz intensive gemeinschaftliche Arbeit und die macht mir ganz großen Spaß. Eins meiner Highlights oder vielleicht das Highlight mit der KAP war unser Beethoven-Marathon vor einigen Jahren, wo wir alle Beethoven-Symponien gespielt haben. Das war in verschiedener Hinsicht auch emotional und auch musikalisch ein ganz besonderes Erlebnis mit der KAP. Mein Lieblingsspiel, wenn ich nicht Geige spiele, ist Skat und Doppelkopf und Fahrradfahren.